Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ich glaube, den Teich, den kennt jetzt dann schon bald jeder. Das Wolfis Teich, 100 Kubik, er legt da Wert drauf. Ich habe gerade gesagt, 90 Kubik heißt das, sagt er, ne, 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 ne. Nach dem Filterumbau hat es 100 Kubik. So, über was sprechen wir? Über die Fische, wie sie gewaltig wachsen, wie das Jahr für ihn vollkommen problemfrei ist. Er hat einen Fisch von uns zugesetzt und überhaupt null Probleme. Zwei Kilogramm Fütterung am Tag. Vor eineinhalb Jahren ist sein Filter nochmal umgebaut worden. Da hat er danach, direkt nach dem Umbau, letztes Jahr im Frühjahr, vor drei Jahren ist er umgebaut worden. Aber direkt danach gab es dann im Frühjahr so ganz, ganz, ganz klein wenig Probleme. Also so diffuse Erscheinungen, die es immer mal geben kann, wenn sowas so ein größerer Stressmoment über längere Zeit anhält. Aber ansonsten dieses Jahr absolut pico, 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 bello. Aber, und das finde ich jetzt ehrlich witzig, dieses Jahr, wir haben ja jedes Jahr irgendwie mit dem Blog so ein Thema, wo wir an den Teilchen immer wieder sehen, das uns dann so verfolgt. Und dieses Jahr ist es irgendwie die Altenblüte. Das scheint das Jahr der Altenblüte zu sein. Wir haben hier gerade Bilder gemacht fürs neue Modern Coimac. Und vor drei Tagen, wie kann es anders sein, fängt an, Wolfgang mich anzuschreiben per WhatsApp. Martin, sollen wir den Termin verschieben? Wie gut sieht man die Altenblüte dann im Magazin? Ist ja klar, man will ja, wenn man seinen Teich dann schon mal auf der großen Bühne vorgestellt bekommt, muss er ja irgendwie auch schön sein. Und das ist ja auch toll. Dann sage ich, wie hast du dir denn die eingefangen? Dann hat er mir gerade erzählt, er war im Urlaub und um die Temperatur unten zu halten, hat er Vermieter, oder sein Mieter, nicht Vermieter, sein Mieter, der hier wohnt, hat jeden Tag große Wasserwechsel gemacht. Das war genau in der Hitzeperiode. Und bei ihm ist es immer so, wenn er große Wasserwechsel macht, dann kocht die Altenblüte hoch. Und das trotz UV-Lampe. Er sagt jetzt aber, im Moment, die UV-Lampe steht auch kurz vor dem Wechsel, aber er kann die Altenblüte dadurch provozieren, indem er viele große Wasserwechsel macht, viel Frischwasser. Das ist eben genau das. Wir müssen das Frischwasser, und ich glaube ihm das auch, und das ist das, was ich ja häufig sage, wir verschieben unser Milieu irgendwo hin. Die Altenblüte hat vielleicht im Wasser, bevor viel Wasserwechsel gemacht wird, irgendein Stoff im Wasser, weil sie auch hemmend aufs Wachstum wirkt. So wie es düngende Stoffe gibt, gibt es natürlich auch hemmende Stoffe. Und irgendwas passiert dann, viel Wasserwechsel, und die wächst nicht mehr. Viel Wasserwechsel, und sie wächst wenig Wasserwechsel, und sie wächst nicht mehr. Man weiß ja auch zum Beispiel, Algen kann man mit Phosphat überdüngen. Ich glaube bei 15 oder 20 Milligramm, da gab es früher sogar einen richtig fiesen Algenvernichter, der nach dem System gearbeitet hat. Das ist einfach überdüngt worden, und die Alge ist dadurch gestorben. Punkt, auspasta. Und ich glaube Ihnen, dass das geht, und das ist aber das, was ich Ihnen sage, mit der Milieuverschiebung. Und jedes Bakterium hat irgendwie sein Milieu, jede Alge hat sein Milieu, und die ganze Mikrobiologie hat irgendwie auf eine gewisse Temperatur, auf gewisse Wasserparameter, hat sie ihre Bedingungen, wo die einen besser wachsen und die anderen schlechter. Und hier ist es einfach so, wenn viel Frischwasser, dann Algen blühte. Aber, und das sage ich Ihnen auch, bei einem funktionierenden System mit der richtigen UV-Leistung, mit den richtigen UV-Lampen, die auch entsprechend UV-Leistung haben, wir haben ja den letzten Block dazu gehabt, mit der richtigen Anströmung, mit der richtigen Menge an Wasserbruch pro Zeiteinheit über die Anlage drüber haue, dann dürfte das eben nicht passieren. Weil da habe ich natürlich dann ein chemisch-physikalisches Verfahren, die UV-Desinfektion, die eigentlich dafür sorgt, dass die UV-Lampe permanent so viel Algenblüte abtötet, dass es sich eigentlich gar nicht mehr bilden kann. Hier ist es jetzt so, wahrscheinlich geht es weg, wenn Wolfgang seinen Brenner jetzt wieder austauscht. Aber soweit ich weiß, du hast auch keine Brenner im Reaktor drin, sondern auch so Tauchzeugs. Also er hat auch so Tauchzeugs, und da kann ich Ihnen sagen, wir sind kurz davor, aber Sie haben es ja im Block gesehen, vielleicht wenn der Block ausgestrahlt wird, das dauert ja noch einige Wochen, vielleicht sind wir gerade schon dabei zu testen, das weiß ich nicht, das fühlt sich jetzt aber auch echt futuristisch an. Wenn der Block ausgestrahlt wird, bin ich gerade schon, habe ich das Wissen, und dass es jetzt in dem Block geht, habe ich schon, aber jetzt habe ich es eigentlich noch nicht. Also es ist echt irgendwie quer. Egal. Wir werden Sie dann daran teilhaben lassen, das läuft mit freundlicher Unterstützung von Genesis, die uns da die Reaktoren, die Montage, die Lampen alles zur Verfügung gestellt hat, so dass wir dann arbeiten können, und natürlich auch Taurus-Diagnostik, wo wir die ganzen Keimzahlbestimmungen machen können, um Ihnen auch nachher tatsächlich sagen zu können, wenn Sie die und die Strahlerleistung haben, haben Sie die und die Desinfektionsleistung auf Spanisch. So, jetzt schauen wir uns aber noch ein bisschen Wolfgang seine Fische an. Sein ganzer Stolz. Ich musste gerade auch das Blocken nochmal fünf Minuten hinten anstellen, weil das Kimmer erst die Wasseroberfläche hat wieder sauber machen müssen. Aber ich sage Ihnen, auch so ein Teich, der wirklich den ganzen Tag performt, irgendwo zwei Kilo Futter reinfliegen, da ist es einfach mal so, dass da ein bisschen Schmutz drin ist. Hier ein traumhafter Kinmatsu-Bar. Und Sie sehen hier an dem Tancho-Goschki, der ist grün da unten. Also hier ist wirklich ein bisschen die Algenblüte drin. Und die Koi fressen gerade auch nicht wie sonst. Das ist aber auch normal, wenn der der Hambelmann mit dem Mikrofon um den Teich rumrennt. Das mögen die gar nicht. Das ist ungewohnt. Aber es ist einfach toll, hier einfach mal jedes Jahr wieder zum Blocken vorbeizukommen. Ich habe ja die paar Teiche, wo ich jedes Jahr bin. Und dann sieht man auch mal, wie sich die Teiche über die Jahre entwickeln. Hier die Koi. Überwiegend entwickeln sie sich spitzenmäßig. Dieses Jahr ist im Frühjahr ein Koi gestorben. Eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Wolfgang hat mir ein Bild geschickt von einem Koi, der plötzlich eine komplett rote, blutunterlaufende Schwanzflosse hatte. Einen blutunterlaufenden Schwanzstiel. Und ich kenne das. Ich habe das ein, zweimal gesehen, wenn wir Fische transportiert haben. Der eine war 50, der andere war 65. Und wenn die im Katern richtig, richtig toben, dann kann es sein, dass die sich wirklich eine der Hauptschlagadern verletzen, dass es dann zu Einblutungen kommt. Und das ist, was auch Sandra nachher gesagt hat, dass es eine Thrombose war in dem Fall, dass es zu einem Blutstau kam. Gucken Sie, ist das nicht romantisch? Dass es zu einem Blutstau kam und im Prinzip Blut eingeflossen ist, aber nicht mehr rausgeflossen ist. Das sah richtig, richtig übel aus. Und der Goschki hat es dann auch leider nicht überlebt. Aber man sieht, es gibt eigentlich alles, was es bei uns Menschen gibt. Gibt es auch bei den Koi. Hier eine Melone. Die ist erst vor zwei Stunden reingeflogen. Die wird noch sauber ausgeschlappert heute. Wolfgang füttert viel Melone. Also im Sommer kann es auch mal sein, dass an einem Wochenende eine Ganze reinfliegt. Und ich muss sagen, der Längenzuwachs, Entwicklung der Koi, wirklich schön hier. Der Karaschikoi kam vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Also hier passiert was mit dem Futter, was reinkommt hier. Der Ginring Kohaku. Letztes Jahr Jumbo Tosei. Toller Gin Renschova. Sein alter Chagoi. Also, Wolfgang hat nach wie vor Spaß. Nächstes Jahr dann noch mehr. Da geht er in Altersteilzeit. Und dann kann er sich voll und ganz seinem Hobby widmen. Da hinten noch sein ganzer Stolz. Goschki, der jetzt richtig Volumen aufgebaut hat. Traumqualität damals Jahrgangsbester. Und so langsam beginnt er hier Volumen zu kriegen. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie mal wieder rein. Und bis die Tage. Ciao. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.